Hyundai brennt auf Autobahn, Fahrer steigt aus, wird abgeholt und lässt Beifahrer zurück Stade, am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags geriet auf der A26 plötzlich ein Hyundai in Brand Übrig ist nur noch ein Wrack Vom Fahrer gibt es keine Spur Wie die Polizeistade am zweiten Weihnachtsmorgen mitteilte, war ein bislang unbekannter Fahrer mit HH-Kennzeichen in Richtung Hamburg unterwegs gewesen, als auf Höhe der Anschlussstelle Dollern plötzlich Flammen aus dem Wagen schlugen Laut Zeugenaussagen habe das Auto unmittelbar nach Brandausbruch angehalten, zwei Personen stiegen aus und sicherten diverse Gegenstände aus dem Kofferraum Der Fahrer des Hyundai wurde anschließend von einer dritten, ebenfalls bisher unbekannten Person abgeholt und verließ den Unfallort somit unerkannt Die Sachen aus dem Auto nahm er mit Den Beifahrer ließ er jedoch am brennenden Auto zurück Dieser wurde später von der Polizei befragt Wer lässt Auto und Beifahrer einfach so zurück? Die Feuerwehr musste mit etwa 30 Kräften ausrücken, um das Feuer im Auto komplett zu löschen Der Hyundai brannte dennoch vollständig aus und ist inzwischen nur noch ein Wrack Die Autobahn musste für die Brandbekämpfung und die anschließenden polizeilichen Maßnahmen kurzfristig vollgesperrt werden, meldeten die Beamten am Morgen Die Untertitelung des ZDF, 2020